Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen meine Freunde, zurück zu PerceptiLabs. Heute wollen wir wieder neuronale Netze erstellen und zwar einfach nur mit einem grafischen Tool. Wir haben ja schon ein bisschen Gehirntumor erkannt, wir haben ja auch schon ein Modell gebaut und wir haben uns mit den Problemen, dass hier das zum Beispiel nicht angezeigt wurde, beschäftigt und überhaupt erstmal mit der Einführung oder der Installation auch. Und heute soll es darum gehen, wenn wir hier auf Create Project gehen, zum Beispiel Image Classification, dann haben wir hier einige Datensätze, die wir einfach benutzen können. Das Problem an der Sache ist jetzt natürlich, in den seltensten Fällen wollt ihr ja fertige Datensätze benutzen. Ihr wollt ja eigentlich eigene verwenden. Und dementsprechend wollen wir uns heute darum kümmern, wo bekommen wir erstmal Datensätze her, mit denen wir rumspielen können und wie können wir die, vor allem im Fall von Bildern, richtig einordnen. Dazu gehen wir einmal ganz kurz wieder hier raus und grundsätzlich wollen wir hier über diesen Datensatz das Ganze lokal machen. Hier steht auch grob dabei, wie man das eigentlich machen möchte oder machen soll. Und zwar, man soll eine Folder Structure bauen und unterschiedliche Ordner für jede Kategorie an Bildern bauen sozusagen. Das heißt, wenn wir hier das Ganze eigentlich aufteilen wollen, dann brauchen wir hier eine Kategorie Apples, Cats, Dogs und so weiter und so fort. Und dann sollen wir die alle in einen Ordner packen und hier dann hochladen. Das ist quasi die Grundidee dahinter. Jetzt ist natürlich erstmal die Fragestellung, wo bekommen wir eigentlich überhaupt Daten her? Und eine sehr beliebte Plattform, vor allem wenn man am Üben ist oder wenn man vielleicht in einer größeren Community unterwegs sein möchte, ist natürlich Kaggle. Kaggle enthält einen ganzen Haufen Datensätze, die man jederzeit einfach benutzen kann. Und man kann sich da kostenlos anmelden natürlich und man kann auch die Datensätze kostenlos benutzen. Man kann auch selbst Datensätze veröffentlichen, die dann eben andere verwenden, um eben hier zum Beispiel neue Informationen, neue Insights oder sowas zu bekommen oder zu geben. Und ich habe mich hier mal für einen Fisch-Datensatz entschieden, denn Cats vs. Dogs hatten wir schon so häufig. Und Fische sind tatsächlich schwerer zu kategorisieren, als ich das vorher mir vorgestellt habe. Der Datensatz hier hat aber vor allem einen wertvollen Punkt, und zwar die Usability. Usability ist bei 9,4. 9,4 ist wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Ihr werdet andere Datensätze haben, die vielleicht eher eine Usability von 4 oder 3 haben. Und damit werdet ihr auch arbeiten müssen. Das bedeutet, ihr müsst erstmal mit zum Beispiel Python oder einer anderen Programmiersprache die Daten richtig sortieren und die Daten quasi richtig einordnen, damit ihr überhaupt diese Strukturen habt. Das könnt ihr natürlich von Hand auch machen, dauert aber halt unfassbar lange. Und wenn ihr diesen Datensatz runtergeladen habt, ihr könnt das hier einfach über Download machen, sind 3 GB, habe ich natürlich schon für euch gemacht, dann bekommt ihr hier ein Archive.zip. Und dieses Archive.zip können wir hier entpacken. Ich mache es jetzt einfach mal nach Archive.zip, beziehungsweise in den Ordner. Okay, und ja, wenn das Ganze fertig entpackt ist, ich habe das jetzt mal für euch rausgeschnitten, dann haben wir das da, ja. Das kann je nach Datensatz komplett anders aussehen, ja. Das sehen wir ja hier im Vorfeld schon. Wir haben hier einmal den Fischdatensatz, dann haben wir den Fischdatensatz. Ähm, im Fischdatensatz, dann haben wir da drin Black Sea Spread. Keine Ahnung, was das ist. Guild Head Bream, ja. Ähm, und ich mache jetzt mal einen davon auf. Hier sehen wir Horse Macarell, keine Ahnung. Ähm, ja, sieht so aus. Ist ein Fisch, okay. Ähm, ich kenne mich mit Fischen nicht aus. Das ist auch gar nicht das Ziel von diesem Video. Unsere KI soll sich gefälligst mit den Fischen auskennen. Unser Ziel ist jetzt allerdings, wir müssen den Datensatz aufbereiten. Und wie machen wir das? Ähm, ich würde vorschlagen, wir erstellen uns, Moment, NA. Was ist NA-Fischdataset? Oh, das sind nochmal dieselben. So, das heißt, wir haben hier einmal Black Sea Spread, ähm, 001. Das ist quasi ein Fisch. Dann haben wir hier noch einen Fisch. Und, oha, die sind ja alle schon toll sortiert für uns, ja. Also, das ist im Endeffekt jetzt unser, äh, unser großer Gewinn hierbei. Die Fische sind sozusagen schon sortiert. Das heißt, wir müssen uns hier keine Mühe mehr machen. Wären jetzt dieser NA-Fisch, also das hat nichts mit North America zu tun, sondern mit, ähm, ja, mit quasi der Formatierung davon, ähm, wäre jetzt dieser Fischdatensatz hier nicht vorhanden, müssten wir das selbst machen. Das würden wir machen, indem wir hier reingehen in den Fischdatensatz und hier dann diese einzelnen Dinger rausziehen. Das heißt, wir würden hier reingehen, würden uns diesen Ordner rauskopieren. Okay, den hier würden wir ignorieren, aber wir dürfen halt einfach, also hier kann man quasi noch anderes Bilddatentraining mitmachen. Man kann quasi sagen, da ist Fisch und da ist kein Fisch. Weiß ist Fisch, schwarz ist kein Fisch, ja. Kann ich auch damit trainieren. So, und im Endeffekt möchte ich jetzt aber hier nur die Fische unterscheiden und müsste die natürlich dann in den jeweiligen Überordner haben. Das heißt, ich müsste hier quasi das als Ordner haben, ähm, und den als Ordner und so weiter und so fort in einem einzelnen Ordner. Glücklicherweise ist das für uns schon gemacht worden, ja. Das sind alle, die wir hier brauchen. Das ist der Klassifikationsordner. Das hier drüben ist der Ordner, den wir brauchen, wenn wir, ähm, mit Masken arbeiten. Sprich, wo ist Fisch und wo ist kein Fisch. Das ist quasi die Aufgabe hier oben. Und wir machen jetzt folgendes, wir nehmen diesen NA-Fisch-Dataset und laden den in Fire, oder via Firefox in unseren, in unser Projekt hoch. Das heißt, wir sagen hier Local, gehen hier auf Browse und wählen hier in unserem Archive den NA-Fisch-Dataset aus. So, ähm, und da muss ich natürlich den hier auswählen. Okay, also Ordner auswählen und tada, da ist er drin. Jetzt gehen wir hier auf Next einfach, also das macht das quasi komplett für uns, können jetzt hier unseren Datensatz definieren. Und hier sehen wir schon, dass mehrere Ordner eingebunden werden. Das heißt, wir haben hier einmal Seebarsch, wir haben einmal Trout, weiß ich leider nicht, was das heißt. Müsste ich jetzt nachgucken, kann man aber natürlich machen. Und wir können hier dann oben den Fisch-Dataset eingeben. Ja, nicht Sets. So, können den hier quasi definieren. Hier sehen wir einmal Seabass 40.jpg, hat die Kategorie Seabass. Trout 00025.png, hat die Kategorie Trout. Und, ähm, damit hat quasi schon unser PerceptiLabs für uns die Kategorie ausgelesen. Weil, woran macht es das? Naja, der Ordner heißt so. Das heißt, wir haben den Überordner, ich mach das nochmal hier kurz auf, wir haben den Überordner, also den hier, haben wir gesagt, ey, da liegt unser ganzer Datensatz drin. Okay, innen drinnen sehen wir hier Black Sea Spread. Ja, das ist quasi der Ordner. Der Ordnername ist das hier. Und innen drin sind die einzelnen Bilder. Das heißt, jedes Bild in diesem Ordner bekommt die Kategorie Black Sea Spread. Wenn man das genau nochmal angucken möchte, sieht man auch hier nochmal eine CSV-Datei, die ich ganz kurz mit euch teilen möchte. Wir haben hier einmal die Images und Kategorie. Ähm, hier ist quasi drin, wo das Bild liegt, also in welchem Unterordner. Hier sehen wir Seabass 40.jpg. Und die Kategorie Seabass. Trout 0025.png. Kategorie Trout. Die sind immer CSV, Comma Separated Values. Okay. Das heißt, wir haben hier oben quasi den Namen des ersten Datums, des ersten Feldes sozusagen. Das ist das links hier. Und wir haben hier rechts davon das zweite Datum. Das ist in dem Fall die Kategorie. Und wir wollen jetzt quasi hier von Bild auf Kategorie abbilden. Das Bild liegt an diesem Ordner Pfad. Die Kategorie ist das hier. Wenn ihr das nicht bekommt von eurem Datensatz von Kaggle, müsst ihr das selbstverständlich selbst machen. Das kriegt ihr aber definitiv hin, wenn ihr meine Python-Playlist gesehen habt. Im Endeffekt geht es ja nur darum, quasi die Bilder, ähm, also mit ihrem Pfaden einer Kategorie zuzuweisen. In dem Fall könnt ihr einfach hier den Ordnernamen, so würde ich euch das generell immer empfehlen, den Ordnernamen als Kategorie festzulegen. Das heißt, ihr habt hier quasi Ordnername, entspricht immer dem hier. Und ja, aber so eine CSV-Datei muss im Ordner drin sein, wenn ihr diese Daten hier reinladen wollt. Okay, ähm, hier drin, das kennen wir schon, müssen wir jetzt hier auswählen. Okay, wir hätten das ganz gerne als Input. Wir können auch Target setzen, dann ist das quasi unsere Ausgabe. Oder Do Not Use, dann benutzen wir es einfach nicht. Und hier können wir sagen, was das genau sein soll. Das soll selbstverständlich ein Bild sein. Und hier sagen wir, das ist unsere Ausgabe. Und selbstverständlich ist das eine Kategorie. Ähm, mit dem Training 70%, Validation 20%, Test 10% sind wir eigentlich ganz gut dabei. Gehen hier auf Create und dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Dann lädt das ganze Ding und wir kommen zum nächsten Schritt. Jetzt haben wir den Datensatz heute ein bisschen genauer kennengelernt. Ähm, wichtig ist für euch wirklich diese kleine Vorgehensweise. Ihr habt einen Überordner, NA Fish Set. In diesem Überordner sind mehrere Unterordner drin. Für jede einzelne Kategorie, die ihr haben wollt, eine eigene Kategorie, also ein eigener Ordner. Das heißt, Black Sea Spread ist eine Kategorie. Wie jedes Bild, was Black Sea Spread ist, hier rein. Dann nächstes, Guild Hat Bream. Ja, quasi alles, was irgendwie Guild Hat Bream ist, da rein. Ähm, dann das und so weiter und so fort. Und in der letzten, die letzte Datei oder die einzige Datei im Überordner ist diese pldata.csv-Datei, die das dann eben für euch macht. Super. Und ja, damit haben wir es eigentlich auch schon. Das ist quasi unser neuronales Netz, was hier allerdings jetzt autogeneriert ist. Und hiermit setzen wir uns die nächsten paar Videos auseinander. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.